Steffi von Thunen, wie schön, dass du da bist, Katja, nee, Kajana 00, Silkeede, Reuter3512, wie herrlich, dass ihr da seid, hallo, ich freue mich, schaut mal, ich habe mir heute wieder sowas ganz, ich habe mir, also, ich muss euch mal was sagen, ich bin ja jetzt in Oberösterreich, es ist sehr kalt hier und die Heizung ist ausgestellt und man kann sie auch irgendwie nicht anstellen, also habe ich mir so ein Flanellnachthemd aus meinem Schrank geholt, finde aber, dass das mit dem grünen Faszinator sich wunderbar ausgeht und dann habe ich gedacht, für euch heute Abend, weil wir ja ein Selfietalk machen, ne, Ulix stilles Örtchen, endlich mal in Ruhe reden, der Selfietalk, habe ich gedacht, ich schminke mich, habe ich gedacht und dann habe ich, weil ich hatte so Augenringe und habe dann so, kennt ihr das, so einen Concealer drauf gemacht und der, und dann habe ich festgestellt, irgendwas riecht hier ranzig und dann war der Concealer ranzig, jetzt habe ich den Concealer weggeschmissen, also habe ich immer noch Augenringe, aber ich habe noch diesen freshen Lippenstift gefunden, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, was meint ihr, ob man nicht lieber zu pink gehen sollte, ich weiß nicht, ob dieses Rot, ob das nicht zu, ja, also ob das Rot nicht zu, also das ist so, gut, ich habe jetzt auch, ne, ich habe auch schon wieder für euch, ich drehe ja total durch im Moment, ne, ich habe ja schon wieder vor euch, ich habe mir schon wieder die Augenbrauen gefärbt, ich habe gedacht, nachdem ihr es neulich so toll fand, habe ich das einfach wieder gemacht. Ein bisschen Regen in Oberösterreich, ihr seht, ich kräusle mich überall, ich habe mir auch hier, ich habe übrigens nichts zu trinken, ich möchte das kurz sagen, ich habe ein Apfelschölchen, bitte schön, kein Whisky ist ein Apfelschölchen, weil ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol, wie ihr wisst und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt heute alleine Alkohol trinke, ja, und der Herr Karl ist nicht da, dann könnte ich so ein Blues kriegen und ich möchte keinen Blues kriegen und dann habe ich gedacht, dann trinke ich lieber gar nichts und trinke Apfelschölchen und wenn er wieder kommt, dann stoße ich mit ihm zusammen an, oder? Das ist doch vielleicht netter, nicht wahr, Herr Karl? Also, falls Sie da draußen zuschauen, nicht wahr, Herr Karl? Schaut mal, und dann habe ich hier mir kleine gefrorene, ist das nicht immer, wie das aussieht, gefrorene Weintrauben wieder gemacht, entkernt sozusagen. Ich finde, das ist genug Sünde für heute Abend, das brauche ich gar nicht mehr. Grüße aus Worms, Grüße zurück. Lecker und gefrorene Trauben, unbedingt. Jetzt gucke ich mal, ob irgendjemand da draußen ist heute, meine Mann. Liebe, wenn du jetzt drangehst und mir eine Anfrage gestellt hast, das glaube ich an dich. Hallo, schöne Miles. Ja, vor allem hier zu laut bei mir. Was machst du denn in meinem Selfie-Talk? Ich bin heute nicht alleine, siehst du? Wow. Was bringt ihr denn längstens? Ich bin heute bei Michi Palmer und habe ein bisschen gekocht. Und ich habe gedacht, ich könnte doch heute mal für uns ein bisschen Werbung machen, denn morgen beginnt unser Podcast wieder groß und fett. Ich wollte dich daran erinnern. Und du siehst super aus mit den Lippen. Mega. Ich bring dir mal so ein Lippenstück beim nächsten Mal mit. Maria, du hast vollkommen recht, da haben wir ja letzte Woche, haben wir nämlich bei der Maria. Weißt du was? Du feierst jetzt meinen Tag und ich erzähle den Leuten, was wir gemacht haben. Siehst übrigens ganz jung aus. Was hast du denn gesagt? Ja, das ist das große Geheimnis, weißt du? Du bist total fresh. Ja, thank you. Nein, aber viel Spaß beim Selfie-Talk. Danke dir, mein Schatz. Ciao. Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao. Oh, wie schön. Also, dazu muss ich was sagen. Wie nett ist das? Also, die Maria und ich haben letzte Woche, wir durften endlich wieder reisen. Natürlich mit Mundschutz und Vorsicht und so, aber ich durfte zu ihr in die Bachstelz und wir haben unseren Podcast Groß und Fett wieder aufgenommen. Und warum groß? Weil die Maria groß heißt und fett, weil Fett Geschmack hat. Und das haben wir letzte Woche wieder aufgenommen. Und dann bin ich hingefahren, wir haben ein paar Folgen aufgenommen und ich sag euch was, ich lerne da so viel, weil was die einem zeigt, das sind so Kniffe, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wie man das macht. Ihr geht einfach, also wir werden da auch so eine Instagram-Seite und so einrichten, aber das hat ja noch Zeit, aber wir haben eine Internetseite und die ist www.großundfett.de. Und groß und fett schreibt ihr zusammen mit Doppel S. Und da seht ihr die Gerichte, die wir schon gemacht haben. Und dann könnt ihr das einfach per Audio hören. Und ihr könnt auch bei Audio Now, das ist so ein Umsonstportal, da könnt ihr sozusagen, die helfen uns dabei, die machen das mit uns, da könnt ihr das umsonst runterladen und praktisch abonnieren. Und dann verpasst ihr keine Folgen. Und montags, also morgen geht's los, da gibt's die Einkauf-Folge, was man einkauft. Und Mittwoch kochen wir dann das Gericht in Echtzeit, in 30 Minuten. Und wir werden immer schneller, weil es geht darum, schnelle, leichte, lustige Gerichte zu machen, irgendwie, die lecker schmecken und die mal anders sind. Und die Maria, die hat so, die hat so einen Fiss, den ich überhaupt nicht reinbringen würde, weil ich das überhaupt nicht kann. Und das ist sehr gut. Und die haben wir eben wieder aufgenommen. Und morgen gibt's, glaube ich, Spargelsalat mit Erdbeeren und Zucchini. Sehr lecker. Für das Wetter, wenn's hell wird, wunderbar. So, wir essen heute noch da. Also, hast du schon kocht, die Chorose, super. Und jetzt kommt es richtig gute noch dazu. Warte mal. Ich schau mal. Wer ist denn heute noch alles unterwegs und hat mal... So, ihr glaubt nicht, wer jetzt sich anmeldet und mit reinkommen will. Na, wer kommt denn jetzt wohl? Hallo? Uli, du hast dir nicht ernsthaft geglaubt, dass du mich einfach so abwimmeln kannst. Na, Fescher-Girl? Na, du? Du dachtest, du Schlitzohr, du wimmelst mich einfach mal schön ab mit meinem Sonnenbrand und sagst, tschüss mit Us, auf Wiedersehen. Hast du die Rechnung nicht mit mir gemacht? Und hast du die Notbremse gezogen hinter dir? Da hab ich die Notbremse gezogen hinter mir. Bip! Und hast gedacht, da komm ich wieder. Da bin ich! Hi! Du, wo bist du? Ich bin in meiner Wiener Wohnung. Also für alle, die nicht wissen, wer hier ist, bitte stelle dich vor. Du hast jetzt 30 Sekunden Zeit. Warte, warte, nicht vorzustellen. Moment. Warte, 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 warte. Ich darf ja immer nicht piepsen, wenn du da bist. Pass auf, 10 Sekunden Zeit nicht vorzustellen. Und los! Also, mein Name ist Verlennan Seebacher. Ich komme aus Österreich. Ich bin Schauspielkollege von Elena Uhl. Ich hab mit ihr letztes Jahr gedreht. Und bin jetzt bereits das zweite Mal bei Elenas stilles. Hörtchen. Schluss! Das war's. Vielen Dank, Verlennans. Häng dich jetzt nicht ab. Du hast mich nämlich vor... Letzte Woche, vor zwei Wochen so hässlich abgewirkt, dass ich ganz viel Respond bekommen hab. Auch so schade, dass es plötzlich aus war. Ja, aber besser ist es schade, als wenn die Leute gesagt hätten, na gut, dass er weg ist, oder? Auch wieder war. Auch wieder war. Und ich hab gesehen, du hast heute mal wieder ein schönes Tagebuch mit dem Herrn Kahl gemacht und hast mich da verlinkt zum Thema Klimaschutz. Ja, weil ab morgen geht's los, oder? In Österreich. Genau. Weißt du, wo man überall eintragen kann? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber ich wäre jetzt einfach mal aufs Amt gelatscht. Aber generell ist es ja unabhängig davon, wo man sich eintragen kann. Also ich bin ja, da ich jetzt schon ein naturliebender Mensch bin und mich viel in den Bergen begebe, auch natürlich ein Natur-Fan und Naturschutz-Fan. Und ich finde Klimaschutz etc. ist einfach was, was ganz groß geschrieben gehört, weil das geht uns alle an. Und das ist ganz betrogen, dass es derzeit so kreislich ist. Ich weiß nicht, du hast ja gerade gesagt vorhin, dass deine Heizung nicht funktioniert, weil es kalt ist. Der Juni war ja früher immer etwas kühler und das letzte Mal, dass er so kühl wie jetzt war, also so normal wie jetzt, ist ja schon 100 Jahre her. Wirklich? Ja, ja, ist so. Also irgendwie sind, weiß ich nicht mehr, was sind 95 Jahre, du weißt, dass das letzte Mal der Mittelwert der Temperatur im Juni so war wie jetzt und das wäre eigentlich normal. Und so gesehen ist es gut, dass es jetzt mal kühler ist, soll aber nicht täuschen, dass wir alle was für den Klimaschutz tun müssen. Also rausgehen. Und war nicht der April wahnsinnig heiß? Ja, der April war völlig absurd warm. Also im April dachte ich mir so, oh Gott, es kann Sommer werden, aber hat sich nicht eingelöst und jetzt ist es so, dass es ja eher kühler ist. Ich weiß es ja nicht, wie es in OÖ ist, aber offensichtlich nicht sehr schön. Nee, aber ich sagte ja, wenn das Wetter schlecht wird, kriege ich ja totale Gelüste aufs Wandern. Aufs Wandern, wenn das Wetter schlecht ist? Ja. Ich kriege ja Wetter. Ja? Weil dann kann ich nämlich hochgehen zu einer Allen und kann ganz heimlich mit den Wams vollschlagen, ohne dass es alle sehen und dann auf dem Weg begegnet mir auch niemand. Das ist herrlich. Und es ist ganz praktisch, wenn man sich oben den Wams vollschlägt, weil dann braucht man eben nicht mehr zu Fuß runtergehen, dann kann man runterrollen. Mhm. Oder, was ich ja gerne mache, wenn das Wetter schlecht ist, dann bastle ich gerne. Hast du deine Eier mitgebracht? Ja, willst du sehen? Ja. Warte mal, ich hole mal, ich hole mal, Ulrich, ich hole mal eins raus, ja? Ja, du knallrot! Sure, Ulrich, Ulrich, ich hole mal eins raus, ja? Aber nur eins! Kein Moment, warte. Bereit? Warte, ich mache die Augen zu! Jetzt! Kann schon gucken. Also wir können ja, für alle, die jetzt zugucken und sich fragen, was ist mit den beiden los, wir haben natürlich vorher mal gequatscht zum Thema, weil du meine Eier so schön fandest. Und zwar vor, lustigerweise hatte ich dich, ich wusste ja nicht, dass du heute kommst, aber am letzten Mal hatte ich dich gefragt, ob du die Eier mitbringst, weil du hast irgendwann auf Instagram zu Ostern gezeigt, wie du diese Eier machst und es hat mich so fasziniert, Ferdinand, weil, weißt du, guckt euch das mal an, das macht der Mann selber. Ich meine, wir müssen kurz was klären, du bist aber vergeben, ne? Ja. Gut, nur damit die Damenwelt Bescheid weiß, weißt du? Ja. Ja. Ich kann sehr gut Eier malen. Ja, pass mal auf, ich zeige dir, also eins meiner Lieblingseier ist auch das hier, in rot, oder, oder auch in grün ist es sehr schön, mit diesem Muster hier. Zeig mal, da hast du die Sonne, ja, mach mal Schatten, genau. Das hier ist auch sehr schön, aber wie gesagt, das Erste, was ich dir gezeigt habe, das mag ich auch total gern, das ist dieses Königsblaue, das ist auch sehr schön. Wir müssen mal kurz, schöne Eier hat der Mann, schreibt die. Sehr schöne Eier steht hier. Selten einen Mann mit so schönen Eiern gesehen. Ich möchte die Eier auch mal sehen. Ja, also meine, das sind meine Eier. Die finden viele Leute schön, meine Eier. Daher zeige ich die auch gerne her, nicht nur zu Ostern. Jetzt erklär doch mal bitte. So. Pass auf, ich habe es damals kurz erklärt. Also. Also. Pass mal auf. Also ich erkläre das ganz kurz. Fakt ist doch, dass wir jetzt anfangen können, und das ist doch das Wichtige, für Ostern nächstes Jahr die Eier vorzubereiten. Weil, wenn Ostern kommt, ist es zu spät, weil man braucht, das ist die sorbische Wachsmal-Eier-Kunst, oder? Genau, das ist die sorbische Wachsmal-Eier, also die sorbische Eier-Wachsmal-Kunst, oder wie man immer sagt, aber die sorbische Wachsmal-Technik, um genau zu sein. Ich habe das gelernt von meiner Großmutter mütterlicherseits, die das uns als Kind schon beigebracht hat, und habe das seither nie aufgehört zu machen. Und wie man sieht, werden das fantastisch schöne Eier, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Aus der Nummer kommt ja nicht mehr raus. Sehr schön bemerkt. Pass auf, ganz kurz. Schnitt, pass auf, wir machen kurz, das habe ich mit dem Hans Siegel gemacht, Gesicht übereinander, damit wir uns beruhigen. Also, du gehst hoch mit deinem Gesicht. Ja. Geh hoch, geh hoch, und ich gehe runter. Warte, nee, du musst näher. Schau mal. Achso, warte mal. So, warte, du musst ein bisschen höher. Warte. Oder du tiefer. So, warte. So, und jetzt kannst du von den Eiern erzählen. Berichte von den Eiern. Bitte macht ein Selfie und schickt mir das, ihr Lieben. Ich kann das jetzt nicht fotografieren. Also, also. Hör, hör die Augen. Du bist doch die Augen, nicht ich. Du musst lachen, jetzt. Lach doch. Du musst höher. Ja, jetzt, 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 jetzt. Also, pass mal auf. Ich erzähle von den sorbischen Eiern. Meine Großmutter hat mir das beigebracht, weil sie nie aufgehört, das zu machen. Und es ist eigentlich recht einfach. Ich mache es jetzt normal, weil es macht mich verrückt. Da kann ich mich nicht auf das Erzählen konzentrieren. Ja. Also, ich habe mir geholt, es wird jetzt immer absurder, den sogenannten Blasfix. Zum Eierblasen. Um 22.30 Uhr auf dem stillen Örtchen, da kann man über alles sprechen. Kein Witz, das Ding heißt Blasfix, das habe ich nicht erfunden. Dann brauche ich überhaupt kein Alkohol. Ich finde das Beispielbild auch super. So sieht das aus. Da ist hinten eine schöne Beschreibung. Du machst aber keine Werbung dafür. Nein, die kriegt man um 3,50 Euro bei Müller. So sieht das aus. Jetzt bei Müller. Jetzt bei Müller. Ja, jetzt wird man es wahrscheinlich gerade nicht kriegen, aber jedenfalls ist es der Blasfix. Und das Coole an dem Ding ist, normalerweise muss man ja immer so ziemlich umständig die Eier ausblasen. Und da muss man immer so feste Pusten und das ist immer sehr anstrengend. Aber mit diesem Ding geht es ganz einfach. Und es können die Adern im Auge platzen. Ja, genau. Und mit dem Ding braucht man nämlich dann tatsächlich nur ein Loch. Ja. Und unten ist kein Loch. Hast du eine Demonstration, wie man das macht? Nee, ich habe jetzt kein Ei bei der Hand. Also du führst den Blasfix ins Ei? Genau. Du machst oben, du hast dann so ein fantastisches Teil dabei, dieses hier. Ja. Also ich habe es anders gemacht. Ich habe mit einer Nadel oben ein Loch vorsichtig reingestochen, das ein bisschen größer gemacht. Ja. Mit einer normalen Nadel. Und habe dann mit diesem Ding das noch ein bisschen ausgebohrt oben. Und dann fährt man mit dieser Nadel Halt doch das Ei mal größer. Ja. Und dann fährt man mit dieser Nadel ins Ei verkehrt rein und dann pumpt man das Eigelb und das Eiweiß raus. Wie das pumpt man raus? Das geht? Ja, das ist wie eine Pumpe. Da ist oben so ein Loch, das muss man dann zuhalten, damit die Luft durchströmt. Und das strömt dann durch die Nadel ins Ei und durch den Unterdruck, der im Ei entsteht, pustet sich das Eiweiß und der Ei dort da raus. Aber ist denn das Loch groß genug? Ja, das wird dann so groß wie dieses Ding hier, wie diese Nadel, also wie dieser, wie dieser... Weißt du, was die da gerade schreibt? Ist das von Amorelie? Und das erinnert mich gerade an eine Bastelsendung, schreibt ein, ja, absolut. Servus Julian! Mein guter Freund Julian. Wir sind heute bei Bastel dir dein Ei. Bastel dir dein Ei, genau. Jedenfalls, es funktioniert fantastisch, aber das ist jetzt viel zu umständlich zu erklären. Jeder weiß, wie man ein Ei ausbläst. Und dann kommt dir der Ei... Nein, eben nicht. Wir gehen die immer kaputt. Ja, da musst du vorsichtig. Du musst es rein und da musst du pumpen und dann kommt das Ei dort und das Ei klar raus. Und dann macht man folgendes, wenn das leer ist, füllt man das Ding mit Wasser an und spült das Ei nochmal aus, dass innen nichts mehr drin ist. Also wäre es theoretisch gut, auch wenn wir kein Geld, keine Werbung Wix kriegen, aber wir könnten sagen, zwei Glasfixe zu kaufen. Eins für Wasser und eins für Luft. Nee, muss nicht. Wie kriegst du da Wasser rein in den Blasfix? Sehr genial. Ja. Sehr genial. Weil du musst ja beim Reinpusten musst du das Loch zuhalten, sonst kannst du ja keine Luft raus. Kann bitte während wir hier reden irgendjemand bei Amazon gucken, ob es den Blasfix zu bestellen gibt? Bitte. Und kann man mir das schreiben? Da kann man hier, also man muss oben das Loch zuhalten beim Pumpen, damit da Luft rauskommt. Verstehst du? Weißt du, was die Leute hier schreiben? Ja, ich kenne es natürlich. Der Fergie schenkt dir sicher einen Blaskurs zum Geburtstag. Ich meine, hallo? Hallo? Ja. Die Hobbitek mit Frau Ulich. Mit dieser Art zu malen gibt es doch eine Moderation aus Österreich, die sich beim Erzählen kaputt lacht und aufhören muss. Das ist das Eierkratzen. Das ist das berühmte Eierkratzen. Und es gibt nur noch wenige Damen, die das Eierkratzen beherrschen. Das ist wieder eine andere Technik. Also man sieht schon, beim Eier bemalen und Eierkratzen gibt es die verschiedensten Techniken. So, wenn wir dann erfolgreich das Ei leer geblasen haben... Ich muss jetzt mal kurz abziehen. Weißt du was? Die Eierkratzen ist frei. Ja, gibt es um 3,98 Euro auf Amazon? Was? Gibt es um 3,89 Euro auf Amazon? Guck, ich kann auch Eierkratzen, schreibt Fabian. Und die andere ist kraulen. Kraulen, ja, das ist nicht das Gleiche. Damit kriegt man die Eier anders leer. Sie sind fast Herr Doktor Sommer, möchte ich sagen. Ja, also mit Eierkraulen, mit Eierkraulen, kriegst du nur damit. Und ich finde, hör mal zu, mit Eierkraulen kriegt man die Eier anders leer. Aber nicht so, dass man sich bemalen kann. Hör auf jetzt. Jetzt ist es cool. Jetzt ist es cool. Jetzt ist es cool. Und dann baskelt man sich aus abgeschnippelten Holzstäbchen, also so Holzästen, gibt man da oben dann eine Nadel rein oder verschiedene Größen von Nägeln. Ja. Ja, und dann piekt man sich einen Löffel zurecht. Ja. Dann nimmt man ein Einmachglas. Ja. Da kann man Sand reinfüllen. So ein bisschen wie beim Krambambelbrennen. Was auch immer Krambambelbrennen ist. Du kennst kein Krambambelbrennen? Nein, das kannst du mir das nächste Mal erklären. Ja. Das mache ich auch wirklich. Okay. Jedenfalls. Und dann gibt man das in das Einmachglas. Ich habe da jetzt hier eine alte Kerze. Kann ich auch herzeigen. Dann macht man das dann so rein. Ja. Und dann habe ich da ein Teelichtlein. Das stelle ich mir dann hin. Warte mal. So, das Teelichtlein. Und dann macht man hier Feuer unterm Löffel und gibt oben in den Löffel rein eine Mischung. Feuer unterm Löffel. Feuer unterm Löffel. Das wird immer lustiger. Wir schaffen. Ich kann dir das nicht unter einer halben Stunde erklären, wenn wir es so weitermachen. Pass mal auf. Und dann gibst du 50-50, 50% Kerzenwachs und 50% Bienenwachs. Warum? Weil die Konsistenz des Wachses so am besten ist. Dann fällt die nämlich nicht so leicht ab. Man sieht bei dem Ei, da hat die Mischung nicht so ganz gestimmt. Und dann sieht man, dass hier sollten eigentlich auch Punkte sein. Siehst du das hier? Ja. Die sind aber abgefallen beim Färben. Ah, das Wachs ist noch drauf. Oder was? Ja, genau. Macht man nicht ab? Nein, eben nicht. Man kann es danach nach dem Färben unternehmen. Und dann tupft man in das Wachs und malt. Also für jeden Strich einmal tupfen, tupfen und bemalt das Ei. Bevor man es färbt. Bevor man es gefärbt hat. Bevor man es färbt. Bevor man es färbt. Und an der Stelle, wo das Wachs am Ei ist, bleibt natürlich die Farbe nicht haften und dadurch entsteht dann dieses Muster. Aber wie kriegst du dann die Schnur noch da rein? Die Schnur habe ich im Nachhinein dann, also als es dann alles fertig war, habe ich die habe ich die dann reingesteckt und mit Superkleber oben angeklebt. Eine kleine Sache, das ist ein bisschen doof, da musste ich mich dann im Nachhinein ärgern. Vielleicht hat da jemand eine bessere Idee. Aber dadurch, dass die Eier hohl sind, gehen die beim Färben nicht unter und schwimmen dauernd oben. Jetzt habe ich die super, ja, das ist zum Kotzen. Na, das ist doch ganz einfach. Du gehst einfach mit einem Schaschlik-Spieß rein, ins Ei oder mit einem, wie heißt das, mit einem Ohrsaub und drückst es runter. Verdammte Axt, warum habe ich mit der Uli nicht vorher gesprochen? Oder? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das Ei mit dem Blas fix mit Wasser befüllt, habe das oben mit dem Tropfen Wachs versiegelt und damit ins Unter. Aber das war kompliziert, Herr Mayer. Da schreibt jemand, X, mein Gott, da braucht man aber Geduld für die Eier. Das braucht man immer. Das ist zuweilen so mit Eiern. So ist es. So ist es. Und dann, wenn man das dann eben fertig gefärbt hat, habe ich dann noch ein Kokosfett genommen, habe die Eier schön glänzend gerieben, habe das Schnürtel dran gemacht und habe die auf meinen Osterbusch gehangen. Also unter den Osterbuschen, wenn man es genau nimmt. Christi E.W., alles Gute zum Geburtstag. Ich freue mich, dass wir deinen Geburtstag versüßt haben heute. Können wir bitte, Entschuldigung, wir müssen mal kurz aussteigen, weil sonst drehe ich durch. Können wir bitte für die Tina zacken? Das wäre mir jetzt ganz wichtig an dieser Stelle. Weil, guck mal, siehst du mein schönes Logo? Ja. Siehst du das? Ich möchte dazu was sagen. Ach, ich bin ja noch nicht fertig. Man kann die Eier auch noch... Stopp, ich bin noch nicht fertig. Okay, nochmal zurück. Warte, dann klebe ich mein Logo nochmal hin und du erzählst noch was. Ja. Man kann sich dann so bunte Federn oder normale Federn, die man irgendwo beim Spazierengehen findet. Ich habe mich in dem Fall welche gekauft, weil ich nicht rauskam, weil es war ja zur Korra-Zeit. Kann man sich dann diese Federn so zurechtschnitzen? Sieht man das? Hä? Ah, warte mal. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd mit Scharfstellen und so. Ja, man kann sich diese Federn dann formen. Anleitung dazu gibt es im Internet, das erkläre ich jetzt nicht. und dann kann man mit diesen zurechtgeschnitzten Federn auch so Rauten und Dreieck und so weiter auch draufducken. Das geht auch mal. Aha, aber das ist kompliziert, oder? Ja, das habe ich dann tatsächlich irgendwie, dafür fehlte mir dann, also das ist ja, das braucht man schon, das braucht man schon, eine Affengeduld. Aber das hat nicht so schön funktioniert, das habe ich dann gleich wieder bleiben lassen. Aber wenn man mal bei YouTube eingibt, sorbische Wachsmaltechnik, das ist irre, was die da machen. Das ist verrückt. Ich möchte sagen, ich finde das ganz toll und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns deine Eier zur Verfügung gestellt hast heute, um uns zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Weißt du? Ja, und man muss mit Eiern sehr behutsam umgehen, damit die nicht kaputt gehen. Ja, das sollten sich alle da draußen, bitte nehmt euch das zu Herzen, passt auf die Eier auf, ja, das wäre einfach weh. Dann habt ihr noch lange Freude daran. Dann habt ihr noch lange Freude an den bunten Eiern, die zur Osterzeit fröhlich farbig unter dem Eier, unter dem Osterbuschen hängen. So, jetzt möchte ich mal kurz zeigen, dass wir beide wieder singen, wir singen doch gerne. Ja. Ja. Und zwar, guck mal, die Tina Tack, die hat ja dieses schöne, das bin ja ich, siehst du das? Ja, das ist ja kaum zu übersehen, dass du das bist. Ja, ich habe mich da zu Hause in einen wirklich schönen Badeanzug gestellt und habe diese Figuren und habe ihr das dann geschickt. Und die hat ja mein Logo gemacht. Ja, Ulix stilles Örtchen, endlich mein Urred. Und die hat Geburtstag gehabt und die macht jetzt auch bald zum Thema sorbische Wachsmaltechnik, hat sie mir versprochen, als wäre das will, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht hat ja jemand Lust, sozusagen, dass es die Ulix als Anziehkuppe geben wird. Und dann kannst du die zu Hause haben und kannst hier immer verschiedene Badeanzüge oder Faszinatoren aufsetzen. Das ist doch lustig. Umsonst. Einfach nur als Spaß. Genial. Ja? So, was möchte ich dann. Das bitte, das machst du dann, dann sage ich mir noch die Internetadresse. So. Und die hatte Geburtstag und die hat gerundet am Freitag. Ich glaube, wir singen jetzt, von der Seele ist sie 20 geworden. Ja? Vom Geist 50. Vom Know-how 50. Aber im Aussehen 20. In allem eigentlich 20. Eine Traumfrau. Es ist eine Traumfrau. Es ist eine Traumfrau, muss man sagen. Und deshalb möchte ich für die Tina Tag jetzt singen. La Tag, sozusagen. La Tag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tina. Tag, Tag. Happy Birthday to you. Und ich würde, wenn irgendjemand Lust hat, weil sowas ist doch nett. Also, in meiner Ankündigung, ja, at la unterstrich Tag, glaube ich, schreibt der doch einfach eine Geburtstags- Das ist doch total nett. Stell dir mal vor, du machst plötzlich dein Instagram-Account an und hast so ganz nette Geburtstags- Nachrichten. Einfach Das ist schön. La Tag. Oder? La Tag. Schreibt ihr eine Geburtstags- Happy Birthday, Tina. Tag. Alles Gute zum Runden. Alles Gute zum Runden. Fertig, dann soll ich dir was sagen? Was denn? Ich gehe ins Bett jetzt. Wirkst du mich schon wieder ab? Wirkst du mich schon wieder ab? Ja. Weil weißt du, wen ich morgen besuchen gehe? Wen? Wen denn? Herrn Karl. Wo ist der Herr Karl denn? Herr Karl dreht in Graz. Ich weiß genau, was der dreht, der Kollege. Nicht sagen, nicht verraten. Nö, verrate ich natürlich nicht, aber ich weiß, was er dreht. Tja. Schön. Und deshalb muss ich frisch und ausgeschlafen sein und wenn ich mich mit fremden Männern am Abend über deren Eier unterhalte, dann ist es Zeit, dass ich meinen Namen rufe. Eben. Dann machst du das mal. Dann rufst du mal den Herrn Karl an und erzählst ihm von den bemalenden Eiern. Und ich hoffe, vielleicht... Erzählst ihm von meinen bemalenden Eiern. Ja, und ich werde das basteln. Ich werde das, ich sag dir was, ich werde das jetzt machen. Wir haben noch so viel Homeschooling mit den Kindern, da kann man ja Bastelstunde zwischendurch machen, ja, und kann das machen, weil dann haben wir das für nächstes Jahr. Das ist ja auch Geschenke. Eben, und das fördert die Geduld. Das ist wirklich, also da muss man Geduld haben und kleinen Tipp noch am Rande, Vorsicht mit der Hand, mit der man das Ei festhält, nicht irgendwo in fettiges Zeug tapsen oder möglichst blöd noch ins Wachs rein, weil dann verschmiert man das und dann hält das gar nicht mehr. Ah, okay. Und weißt du, man könnte das doch jetzt vorbereiten und dann könnte man das zu Weihnachten, dann können die Kinder das der Oma schenken, dann hat die Oma zu Ostern was für ein Baum. Richtig. Und so sehen wir uns aber dann dennoch nächstes Jahr zu Gründonnerstag wieder und gucken, was wir für einen schönen Eier malt haben. So machen wir das. Femmert, es war herrlich mit dir. Ich danke dir und wünsche dir einen wirklich schönen Abend. Ebenso. Pussi Baba. Pussi Baba. Ihr Lieben, so, ich, ja, es ist Zeit, für mich ins Bett zu gehen. Es ist Zeit, mit euch noch ganz kurz was zu besprechen. Mein Selfie-Talk hat ja super geklappt heute. Ich meine, der war ja richtig weit vorn. Ich hätte euch viel zu erzählen gehabt, aber das machen wir einfach an anderer Stelle. Und dann wollte ich sagen, am Donnerstag kommt Pascuale Alliati zu mir und ich freue mich total. Dann wird am Sonntag die Nina Bott kommen. Am darauffolgen Donnerstag, da schreibe ich nicht alles noch, kommt die Stefanie Hartel, die finde ich ganz super, die habe ich neulich kennengelernt und das ist eine Spitzenperson und mit der möchte ich gerne ein bisschen quatschen und dann am Sonntag drauf kommt Jan Soffenjock zu mir und auf den freue ich mich auch sehr. Den kenne ich schon ganz, ganz lange und somit finde ich auch wichtig, dass diese ganzen schönen Männer hier auftauchen, oder? Dass man mal, ja, ich finde, dass man auch abends, also tolle Frauen, aber auch wirklich schöne Männer, oder? Es wird Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und ich hoffe, dass ihr am Sonntag wieder dabei seid bei Uli, ein stilles Örtchen endlich mal in Ruhe reden und bitte, wer von euch Österreicher ist, in Österreich lebt, da was zu sagen hat, bitte, Klima, Volksbegehren, ab morgen bis Freitag könnt ihr euch eintragen, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das war's für heute, es war super, es war spitze, ich danke euch, das war die Uli vom stillen Örtchen. Tschüss. Oh, abziehen!